So, da bin ich wieder, heute mit einem Video über den Mittelherkunftsnachweis, vor dem einige so Angst haben und ich kann gleich vorab sagen, 99% von euch da draußen müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Und wieso das so ist, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Ich werde euch erklären, warum Bitpanda den Mittelherkunftsnachweis einfordert, wie ihr euch optimal darauf vorbereiten könnt, welche Dokumente ihr schon auf die Seite legen könnt. Damit, falls es irgendwann mal dazu kommt, dass wenn sie einen verlangen, dass ihr dann schon perfekt darauf vorbereitet seid. Das haben sich einige Leute aus der Community gewünscht, also falls dich das auch interessiert, dann bleib dran, wir starten ins Video. So, im Hintergrund könnt ihr schon die Help-Seite von Bitpanda sehen, die nehmen wir uns ein bisschen als Guide hierher. Starten wir zuerst mit dem Thema, was ist überhaupt ein Mittelherkunftsnachweis? Es ist ein Nachweis über eure Mittel, also das heißt über eure Fiat-Einzahlungen und über eure Krypto-Einzahlungen. Bitpanda ist als Investmentplattform gesetzlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen solche Dokumente anzufordern. Warum wird das jetzt gemacht? Es dient zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder halt Schwarzgeld, Drogenhandel etc. Damit aus diesen Quellen kein Geld auf die Plattform fließt, wird dieser Mittelherkunftsnachweis verlangen. Also 99% von euch da draußen müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Als erstes schauen wir uns jetzt mal an, was wird akzeptiert für Fiat-Einzahlungen? Also wenn ihr jetzt von eurem Konto Geld auf Bitpanda einzahlt und ihr macht das in regelmäßigen Abständen, wird irgendwann mal Bitpanda fragen, Hey, woher kommt dieses Geld? Wenn ihr jetzt normal arbeiten tut, könnt ihr zum Beispiel euren Lohnzettel einschicken oder drei Kontoauszüge aus den letzten sechs Monaten, aus denen die Einkommensquellen und die Transaktionsdetails hervorgehen. Also am besten IBAN des Absenders und des Empfängers, Name und Datum sollte oben sein. Jetzt werden mich einige Selbstständige fragen, Hey, ich bekomme keine Lohnzettel. Ja, das stimmt, aber als Selbstständiger habt ihr natürlich auch Nachweise. Entweder ihr stellt selbst eine Rechnung, dann am besten von der Transaktion direkt auf eurer Bank, also wo man sieht, dass das Geld reinkommt und von wem es reinkommt. Davon macht ihr auch noch einen Screenshot und dann ist das Ganze schon erledigt. Also im Normalfall dauert das fünf Minuten und reicht für 99% der Leute. Was geht noch? Also neben Lohnzettel kannst du dein Gehalts- oder deine Rentenbescheidigung aus den letzten sechs Monaten oder, also eines von beiden, deine aktuelle Steuererklärung oder zwei Gehalts- oder Rentenzahlungsangaben als Auszüge aus dem Kontoauszug. Ja, da könnt ihr auch einfach die Transaktionen aufmachen, einen Screenshot davon machen und die einschicken. Dann gibt es natürlich Leute, die vermieten Sachen. Deswegen schauen wir uns an, was gilt bei Erträge durch Vermietung. Und da kann man einsenden den vom Kunden unterzeichneten Mietvertrag und einen Kontoauszug, aus dem der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Ja, das heißt, ihr nehmt den Mietvertrag und dann macht ihr noch eine Kopie vom Kontoauszug, wo man sieht, dass diese Mietzahlungen eingehen. Ihr könnt auch einfach die Kontoauszüge der letzten drei Monate raussuchen, aus denen man die Miet- oder Pachteinnahmen sieht und auch die Transaktionsdetails hervorgehen. Am besten ist es natürlich immer, wenn ihr die Transaktion komplett aufmacht, so dass man wirklich alle Details sieht und Bitpanda dann keine Fragen mehr stellen muss. Es gilt aber auch ein Eigentumsnachweis, zum Beispiel ein Grundbuchauszug und ein Kontoauszug mit entsprechenden Beispielen für die Zahlungseingänge der Mieter. Oder wie oben schon erwähnt, eine aktuelle Steuererklärung. Und dann haben sie auch schon alles da drinnen. Natürlich kann es auch sein, dass man mal eine Immobilie verkauft und vielleicht von diesem Geld dann was auf Bitpanda überweist. Dann brauchst du einfach nur eine Kopie des Kaufvertrags, wo auch der Name des Kontoinhabers oben ist. Und natürlich auch die Kontoauszüge, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Das heißt einmal den Kaufvertrag und einmal ein Screenshot von der Überweisung, wo dann das Geld auf dein Konto gekommen ist. Natürlich geht das nicht nur für Immobilien. Also auch wenn ihr Autos oder Kunstwerke verkauft, braucht ihr den Vertrag und dann den Zahlungserhalt. Wenn ihr was im Bar bekommt, dann lasst das immer unterschreiben. Macht davon ein Screenshot. Und wenn ihr dann das Bargeld aufs Konto einzahlt, könnt ihr diesen Eingang auf euer Konto dann auch nochmal screenshotten. Falls ihr mal eine Bartransaktion habt, kommt ja auch mal vor. Kommen wir zum nächsten Punkt, Aktienverkäufe oder Kapitalerträge. Da ist es am einfachsten, einfach die Steuererklärung der entsprechenden Brokerplattform einzusenden oder Kontoauszüge, aus denen die Aktienverkäufe und Transaktionsdetails hervorgehen. Oder die aktuellste Steuererklärung. Da sieht dann Bitpanda auch alles ganz detailliert. Wie geht man vor bei erhaltenen Darlehens? Da kann man entweder den von allen Parteien unterzeichneten Darlehensvertrag einsenden oder Kontoauszüge, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Wie geht man jetzt vor bei einer Schenkung? Also wenn ihr jetzt einfach nur zum Geburtstag Geld bekommt und das ist ein Hunderter oder so, dann reicht der Kontoauszug, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Also bei kleineren Summen müsste eigentlich das reichen, dass man sagt, man hat was von der Person geschenkt bekommen und zeigt das her. Und falls es aber um eine größere Summe geht, kann ja auch manchmal vorkommen, dass man was geschenkt bekommt, jetzt von seinem Großvater etc. Dann könnt ihr entweder hinschicken, einen unterzeichneten Schenkungsvertrag, wo beide Namen oben sind und die Summe, die geschenkt worden ist, oder ein Steuerbescheid oder eine Mitteilung des Finanzministeriums, insbesondere bei hohen Werten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, bei welcher Summe man das jetzt schon anmelden muss, aber ich glaube, die Bank selbst fragt dich dann schon, woher das Geld kommt. Also wenn du jetzt 50.000 Euro geschenkt bekommst, dann wird die dich fragen, hey, woher ist denn das Geld? Und dann musst du das sowieso vorher erstmal nachweisen und genau diese Nachweise kannst du dann auch für Bitpanda verwenden. Wenn das Geld aus Dividenden kommt, das ihr einzahlt, dann braucht ihr die Gewinnverteilungsverträge oder die Dividendenbeschlüsse auf den Namen der Person oder den Eigentumsnachweis und, ja, das ist nicht oder, und Kontoauszüge, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Jetzt haben wir es gleich geschafft, die zwei letzten Nachweise, Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, da braucht man auch einen notariell beglaubigten Vertrag über den Verkauf von den Unternehmensanteilen im Namen des Kontoinhabers und Kontoauszüge, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Wie sieht es bei einer Erbschaft aus? Da braucht man eine Erbschaftserklärung oder eine Mitteilung des Steuer- oder Finanzministeriums und Kontoauszüge, aus denen der Zahlungserhalt und die Transaktionsdetails hervorgehen. Also, wenn ihr ein Erbe erhaltet, macht gleich eine Kopie davon, legt das auf die Seite, macht auch gleich einen Screenshot vom Eingang der Zahlung, ja, auf euer Konto, legt das auf die Seite und falls irgendwann mal ein Mittelherkunftsnachweis kommt, seid ihr abgesichert. Das sind jetzt alle Fiat-Nachweise. Für die meisten wird es reichen, die letzten Lohnzettel einzusenden und ein paar Kontoauszüge, wo man sieht, dass dieser Lohn aufs Konto eingeht und die Sache ist erledigt. Als Selbstständiger schickt ihr eure Rechnung hin oder eure Honorarnote und dann den Eingang, wo das Geld aufs Konto kommt. Als Screenshot noch hinzu und es ist erledigt. Also, so einfach ist das, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Man kann sich auch schon vorbereiten auf solche Fälle und die Lohnzettel, glaube ich, heben sich auch die meisten Leute auf. Falls nicht, dann fangt jetzt damit an, legt einfach eine Kopie zur Seite in eine Mappe und wenn dann der Mittelherkunftsnachweis kommt, schickt ihr die Kopie ein und es ist erledigt. Wenn ihr alles schon vorbereitet habt, geht es dann natürlich auch viel schneller, als wenn ihr dann erst alles heraussuchen müsst. Vor allem, wenn es um Nachweise geht für Kryptowährungen. Das schauen wir uns jetzt auch im Detail an, weil da ist es teilweise nicht so einfach, wie bei den Fiat-Nachweisen. Und ihr wisst ja, bei Krypto gibt es ja auch viel shady Stuff. Leute, die andere Leute hacken oder jetzt ein Ponzi aufmachen und dann urviel Geld rausziehen und dann einfach abhauen, also ein Rugpull machen sozusagen. Und auch um solche Sachen zu verhindern, dass dann dieses Geld auf Bitpanda landet und dann unrechtmäßig verkauft wird, müssen bei größeren Summen auch Nachweise für die Kryptos erbracht werden. Wenn ihr jetzt ein paar Bud von abholt jetzt auf Bitpanda sendet, glaube ich, wird das Ganze nicht getriggert. Und da reicht es vollkommen, dass ihr ein Screenshot macht von dem Erhalt der BAT. Das heißt, ihr seht, wo die BAT reingekommen sind. Ich glaube, es steht sogar dabei, dass man die vom Browser erhalten hat. Und dann noch die Transaktion, wo diese Bud auf Bitpanda kommen und dann ist das Ganze schon erledigt. Bitpanda weiß dann genau, ihr habt die BAT vom Brave Browser bekommen. Diese habt ihr dann auf Uphold erhalten und dann zu Bitpanda gesendet. Wichtig ist nur, dass man eure E-Mail sieht, dass man auch bestätigen kann, dass das euer Konto ist. Wenn ihr jetzt Kryptowährungen auf einem anderen Broker oder auf einer anderen Exchange kauft, was braucht ihr dann? Dann braucht ihr einen Screenshot vom Kauf und der Auszahlungsbestätigung, also der Transaktion, die von dieser Exchange aus weggeht. Man muss auch deine Konto-ID sehen oder irgendeine andere einzigartige Kennung, wie zum Beispiel deine E-Mail-Adresse und es sollten auch alle Transaktionsdetails hervorgehen. Das heißt, man sollte die Adresse sehen, von der es weggeht und wo es hingeht. Aber die meisten Exchanges zeigen das eh schön an, wenn man mal swift drawt. Davon macht ihr dann einfach einen Screenshot, oder ihr geht in den Transaktionsverlauf auf der jeweiligen Börse und macht dort den Screenshot, weil dort sieht man dann auch, was ihr gekauft habt und wohin ihr es gesendet habt. Beim OTC-Deal, da müsst ihr die Rechnungen einsenden, die den Kauf nachweisen. Da gibt es ja dann auch immer eine Rechnung, die kopiert ihr einfach und dann schickt ihr sie ein. Vielleicht dann auch noch ein Screenshot vom Eingang auf die Wallet, wo dann die Funds angekommen sind. Wie kann ich das jetzt nachweisen, wenn ich jetzt nur Gewinne gemacht habe mit Funds, die ich auf einem anderen Broker gekauft habe, da braucht ihr dann wieder die Screenshots des Transaktionsverlaufes, aus denen die bei anderen Broker oder Exchanges erzielten Gewinne sowie die Auszahlungen an Bitpanda hervorgehen. Also einfach von den Trades dann die Screenshots machen, wo man dann sieht, wie viel Gewinne ihr gemacht habt und dann die Auszahlungstransaktion. Also wenn ihr dann die Gewinne auf Bitpanda sendet, habt ihr dann ein Rift-Drawl, das Screenshottet ihr und wichtig ist auch immer ein Screenshot von dem Exchange-Konto machen, wo die Kontodetails sichtbar sind. Also eure E-Mail oder euer Name. Meistens wenn ihr auf den Tab Profil geht, auf den Exchanges, sollte das dann schön angezeigt werden. Einnahmen durch Dienstleistungen. Da reicht es die Rechnung für die Dienstleistung, die mit Kryptowährung bezahlt wurde und ein Screenshot der Auszahlung von der Wallet oder der Exchange. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Coins aus einem Affiliate-Programm bekommt, dann habt ihr auch eine eigene Affiliate-Seite, wo genau aufgelistet wurde, wie viel ihr von welchem Coin wann bekommen habt. Davon macht ihr dann ein Screenshot. Das ist auch sozusagen wie eine Rechnung für diese Dienstleistung. Und natürlich nicht vergessen, den Screenshot von der Auszahlung von der Wallet. Schickt auch mit ein Screenshot, wo man euren Namen sieht und die E-Mail-Adresse. Dann sollte das passen. Welche Nachweise kann ich erbringen, wenn ich die Tokens oder Coins aus einem ICO oder Tokensale bekommen habe? Ja, bei Tokensale ist es ja meistens so, man zahlt mit Kryptos und nach einem gewissen Zeitraum läuft es dann ab und dann kriegt man seine Coins ausgeschüttet. Da muss man einschicken einen Screenshot von dem signierten Vertrag, der die Krypto-Zahlung bestätigt. Also wenn ihr die Kryptos hinsendet, habt ihr eine Transaktion hin und wenn ihr dann die Tokens bekommt, habt ihr auch eine Transaktion zu euch hin. Von beiden müsst ihr unbedingt einen Screenshot machen, damit ihr das auch hundertprozentig nachweisen könnt. Bei ICOs müsst ihr auch einen Screenshot von dem Vertrag inklusive des vollständigen Namens des ICOs. Das heißt, wenn ihr ein Whitepaper habt, macht einfach einen Screenshot von dem Whitepaper oder von der Webseite und schickt den mit. Transaktionsverlauf, Screenshots, E-Mails, die den Erwerb und die Auszahlung des Tokens belegen, also die Wallet-Adressen und die Transaktions-IDs solltet ihr mit hinzufügen. Wenn mit Fiat-Währung investiert wurde, müsst ihr auch noch Kontoauszüge hinzulegen, wo man dann genau die Summe sieht, die rausgegangen ist für den Token-Sale oder das ICO. Wenn ihr jetzt Mining betreibt, braucht ihr auch einen Nachweis über den Besitz von der Mining-Ausstattung. Da reichen zum Beispiel Fotos und Rechnungen. Und ihr braucht auch Screenshots der Mining-Plattform, die Einkünfte, die Hashrate und Anzahl der Miner, damit da auch nichts manipuliert werden kann. Screenshot oder E-Mail-Bestätigungen des Transaktionsverlaufes von und zu den Wallets, die die Wallet-Adressen sowie die Transaktions-Hashes zeigen. Also da ist es einfach, glaube ich, am besten ein Screenshot machen von der Wallet, wo man alle Eingänge, Ausgänge sieht. Wenn man in einem Pool meint, dann sieht man ja dort auch auf der Poolseite ganz schön, wie viel man bekommen hat und wann. Davon einfach dann auch ein Screenshot machen und dann ist das Ganze schon erledigt. Wie sieht es aus, wenn ihr eine Masternode betreibt? Da braucht ihr auch Screenshots des Transaktionsverlaufes, auf denen die Staking-Einzahlungen, Auszahlungen und die Gewinne natürlich sichtbar zu sehen sind, inklusive Zinssätze sowie der Staking-Zeitraum. Und das ist ganz wichtig, auch ein Screenshot von den Wallet-Adressen und Transaktions-IDs, damit man sieht, das sind die Transaktionen gewesen, die eingegangen sind, das sind die, die ausgegangen sind, und dass die Wallet-Adresse auf jeden Fall sichtbar erkenntlich ist. Ja, wenn ihr einen Airdrop auf Bitpanda einzahlt, dann braucht ihr auch Screenshots oder E-Mails mit der Bestätigung des Transaktionsverlaufes. Auf den Screenshots sollten die Ein- und Auszahlungen zu Bitpanda sichtbar sein, also mit den Wallet-Adressen und den Transaktions-IDs. Also falls ihr Airdrop-Hunter seid, macht das gleich immer direkt, wenn ihr einen Airdrop erhaltet, ja, weil wenn ihr über das Jahr 10, 15 Airdrops einsammelt, ja, dann verliert man da schnell die Übersicht, also erstellt immer ein Screenshot von der Transaktion, wo ihr die Coins erhaltet, wo ihr dann die Coins auf Bitpanda sendet und schaut darauf, dass man die Wallet-Adressen und die Transaktions-IDs lesen kann. Vielleicht macht auch noch einen kleinen Screenshot von der Airdrop-Seite, kann nicht schaden, dass man dann einfach sieht, hey, auf dieser Seite habe ich den Airdrop erhalten. Wenn ihr jetzt Coins kauft auf einer anderen Plattform und die swapped und dann andere Coins auf Bitpanda einzahlt, dann müsst ihr auch einfach nur die Screenshots des Transaktionsverlaufs, also die Wallet-Adressen und Transaktions-IDs, auf denen der Swap und die Auszahlung zu Bitpanda sichtbar sind, einsenden. Nicht vergessen, wenn ihr es auf einer Exchange macht, macht auch ein Screenshot von eurem Profil, wo man eure E-Mail-Adresse sieht, ja, dass man das dann auch eindeutig zu euch zuordnen kann. Bei Lending und Liquidity Bulls braucht ihr Screenshots des Transaktionsverlaufs, also die Wallet-Adressen und die Transaktions-IDs, auf denen der Kreditgeber oder der Liquidity Pool drauf ist, der Betrag sowie die Herkunft des eingezahlten Kapitals klar sichtbar sind. Also ihr geht dann in euren Lending-Anbieter, dort habt ihr dann einen Transaktionsverlauf, wo man genau sieht, wie viel Geld reingekommen ist und wie viel ihr jetzt schon rausbekommen habt. Und wenn ihr dann schon was geclaimt habt, seht ihr dann auch die Rewards dort, die ihr schon erhalten habt und davon macht ihr dann einfach einen Screenshot. Wichtig nicht vergessen, schaut, dass eure Wallet-Adresse oder eure E-Mail-Adresse klar ersichtlich ist, damit man das euch zuordnen kann. Wenn ihr jetzt nur den kleinen Screenshot von den Transaktionen macht und nur die Transaktionen oben sichtbar sind, dann wird das Bitpanda nicht gelten lassen. Weil das könnte ja dann ein Screenshot von jedem sein. Also schaut da immer, dass man die ganze Seite sieht. Was braucht ihr für Nachweise, wenn ihr jetzt nur was auf eine Exchange sendet und wieder zurück oder zum Beispiel auf eine Cold Wallet und wieder zurück, dann braucht ihr einfach nur Screenshots des Transaktionsverlaufs auf die externe Exchange oder Wallet. Das heißt, ein Screenshot, wie das Ganze vom Bitpanda weggeht und ein Screenshot von der Transaktion, die dann wieder auf das Bitpanda-Konto geht. Mehr braucht ihr dann nicht. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch nicht den Fall, dass eine Abfrage gekommen ist, wie ich was von der Cold Wallet hin und wieder zurück gesendet habe. Auch auf Binance mit den 1,2 PTC, die habe ich auf Binance hingeschickt und von der selben Adresse wieder zurückgeschickt und da ist auch nichts gekommen. Wenn, dann braucht ihr einfach nur ein Screenshot von der Transaktion, die vom Bitpanda weggeht und ein Screenshot von der Transaktion, die dann zum Beispiel jetzt von Binance weggeht. So, das waren jetzt alle Nachweise, die ihr bringen könnt für Kryptos. Also, wenn ihr Kryptos auf Bitpanda einzahlt, schaut immer, dass ihr einen Screenshot macht von der Transaktion auf Bitpanda und ein Screenshot der Quelle. Am besten immer ein Transaktionsverlauf, wo man die Wallet-Adresse und die Transaktions-ID sieht und euren Namen oder eure E-Mail-Adresse, damit man das euch zuordnen kann. Jetzt werden sich einige fragen, aber was ist, wenn die Börse oder die Exchange, auf der ich gehandelt habe, einfach nicht mehr existiert? Dann suchst du alles zusammen, was du von dem noch hast. Den Namen, vielleicht hast du eine E-Mail, wo da eine Bestätigung der Transaktion ist. Davon machst du dann einen Screenshot und sammelst einfach alles zusammen, was du noch übrig hast und schickst das Bitpanda. Und die werden wir dann eh noch genau schreiben, was du noch erbringen musst, etc., damit das dann durchgeht. Aber ich habe zum Beispiel schon von einem Fall gehört, da hat es dann die Exchange nicht mehr gegeben, aber er hat dann noch in den E-Mails die Bestätigungen der Versende und des Kaufes, etc. Davon hat er dann immer einen Screenshot gemacht, das eingeschickt und das hat dann funktioniert. Was ist, wenn ihr jetzt keine Nachweise erbringen wollt? Dann müsst ihr euch klar sein, dass euer Konto gesperrt wird. Das bedeutet nicht, dass euer Geld weg ist. Ihr könnt eure Kryptowährungen noch immer auszahlen und sie dann auf einer anderen Exchange veräußern. Aber euer Konto wird gesperrt und ihr könnt auf Bitpanda auf jeden Fall nicht mehr handeln, weil Bitpanda ist voll reguliert und die müssen diese Mittelherkunftsnachweise erbringen. Andere Exchanges müssten diese Mittelherkunftsnachweise eigentlich auch schon erbringen. Teilweise halten die sich aber einfach nicht dran. Sobald ein Mika draußen ist, geht das dann aber für alle Krypto Exchanges, die in Europa operieren. Das sollte euch auch bewusst sein, dass ihr da nicht drum herum kommt. Weil dann müssen die Börsen direkt ans Finanzamt melden. Also macht unbedingt eure Steuern. Schaut, dass ihr die Nachweise habt für euer Fiat, für eure Kryptos und dann habt ihr keine Probleme. Und das geht nicht nur für Österreich und Deutschland. Ja, also das gilt für jedes europäische Land. Also auch wenn ihr jetzt in Italien seid, müsst ihr einen Mittelherkunftsnachweis bringen. Auch wenn ihr in Spanien seid oder in Frankreich, es ist egal. Ihr müsst einen Mittelherkunftsnachweis bringen. Leider kann man den nicht im Vorhinein einsenden. Das wäre eine schöne Funktion. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal darauf vorbereiten. Einfach die Lohnzettel oder die Rechnungen als Selbstständiger auf die Seite legen. Das macht ihr ja wahrscheinlich sowieso. Also ich kenne niemanden, der jetzt seine Lohnzettel wegschmeißt. Also die werden wahrscheinlich in irgendeiner Mappe drinnen liegen. Und ich kenne auch keinen Selbstständigen, der seine Rechnungen nicht beisammen hat. Weil die muss er ja am Anfang des nächsten Jahres dann seinem Steuerberater geben. Der schreibt dann die Steuererklärung. Und wenn ihr eh brav eure Steuern abgebt, dann könnt ihr auch immer diese Steuererklärung nützen, um nachzuweisen, woher das Fiat kommt. Ja, und wenn ihr keine Kopfschmerzen haben wollt wegen dem Krypto-Nachweisen, dann macht immer die Screenshots gleich. Wenn ihr eine Transaktion von einer Kryptowährung auf Bitpanda macht, dann macht einfach gleich die Screenshots, legt das in einen Ordner und ihr seid perfekt darauf vorbereitet, falls ihr dann einen Mittelherkunftsnachweis erbringen müsst. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen zum Mittelherkunftsnachweis beantwortet. Also ihr seht, es ist kein Hexenwerk, es ist auch nichts Böses. Es wird die meisten von euch da draußen einfach nicht jucken. Die meisten von euch werden kein Problem haben, diesen Nachweis zu erbringen. Solltet ihr jetzt ein Handwerker sein, der am Wochenende pusht, etc. Ja, dann bitte zahlt dieses Geld nicht auf Bitpanda ein. Ja, das war es jetzt auch schon wieder von diesem Video. Falls ich euch einen Mehrwert geboten habe, euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wie gesagt, ich glaube, die wenigsten von euch werden Probleme damit haben. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen allen die Angst nehmen. Wie gesagt, wenn ihr viele Kryptoeinzahlungen auf Bitpanda habt und viel Geld in Krypto bekommt, dann macht immer gleich die Screenshots dazu, damit ihr dann auch die Nachweise habt, wenn sie verlangt werden. Wenn ihr dann ein Jahr nachweisen müsst und ihr habt tausende Transaktionen bekommen, ist es natürlich dann eine anstrengendere Arbeit. Wenn ihr das immer gleich macht an dem Tag, wo ihr es erhalten habt, dann seid ihr perfekt vorbereitet und dann geht das auch recht zügig. Ihr könnt mir auch eure Erfahrungen mit dem Mittelherkunftsnachweis unten in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt, was da von der Community kommt, aber ich glaube, die meisten werden damit keine großen Probleme gehabt haben. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.